Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der AktionärTV. Wir werden heute über den deutschen Leitindex sprechen. Der DAX stand zuletzt ja deutlich unter Druck, am Freitagvormittag kann er dann aber wieder merklich zulegen. Wie die Reise weitergeht, bespreche ich jetzt mit Thomas Gebert, dem Autor des Gebert Briefs. Herr Gebert, wie schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Sie sind ja Experte und haben auch immer Ihre Kurzfristanalyse in Ihren Sendungen bei uns angewendet. Jetzt interessiert uns natürlich, wie geht die Reise beim DAX weiter? Ja, hallo Frau Anders. Ich freue mich natürlich auch wieder bei Ihnen in der Sendung zu sein und begrüße natürlich auch ganz herzlich Ihre lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, dann schauen wir uns das Trauerspiel einfach mal an. Und wenn wir uns da vielleicht mal den Kursverlauf angucken könnten in der Kerzendarstellung seit Anfang des Jahres. Man beobachtet oder ich beobachte einen ungefähr 30-tägigen Börsenrhythmus, auf dem sich die Stimmungsschwankungen der Anleger etwa abspielen. Also gute Laune hält nicht immer an, irgendwann ist die mal abgefrühstückt und auch Panik und Schreck, das lässt auch wieder nach. Und die wechseln sich seltsamerweise mit bestimmten Zeitkonstanten ab, so habe ich zumindest den Eindruck. Und jetzt gucken wir mal diesen 30-tägigen Rhythmus seit Anfang des Jahres, schauen wir uns mal an, zwischen den Punkten A und B. Da konnte er nach dem ersten Tief im A einen Ausverkauf, konnte der DAX nicht wirklich Höhe gewinnen. Das ist eigentlich ein schlechtes Omen, wenn der in der eigentlich freundlichen Phase, von der Gefühlsprädisposition her, hätte steigen sollen, nicht richtig nach oben kommt. Dann wird es in der zweiten Hälfte dieses Taktes etwas übler und dann verlor der auch deutlich der DAX. Zwischen B und C war es dann ein bisschen Halbkreis. Was er dann im ersten Takt deutlicher verloren hat, hat er dann beim Anstieg vom Punkt B aus dann wieder gewonnen. Und zwischen C und D hat sich auch kein richtiger Halbkreis ergeben. Da waren zwei kurze Einbrüche, das waren jeweils drei schwache Tage mit roten Kerzen, die von der Nasdaq ausgingen. Da waren die Technologiewerte, sind da unter Druck geraten. Dieser ungefähr 30-börsentägige Rhythmus der gewissermaßen Prädisposition der Anleger wird natürlich überlagert von externen Ereignissen. Und da kam aus den USA Störfeuer, wo natürlich die Börse auch darauf reagiert. Dann schauen wir uns den nächsten Zyklus an, den nächsten Tag. Dann muss ich gerade mal schauen, wie ich ihn nummeriert habe. Dazu müssen wir aber vielleicht nochmal zurück auf Bild 1, wenn ich es richtig sehe. Hier, können wir noch zurückschalten, ja, zwischen, entschuldigen, wenn ich den Blick abwende, ich musste gerade mal hier drauf gucken. Zwischen den Punkten D und E war es auch kein richtiger schöner Halbkreis. Da kam die Stimmungsverschlechterin zu spät. Da ging es eigentlich nur zehn Tage nach oben. In der Regel geht es 15 bis 20 Tage, hält sich ein bisschen der freundliche Takt an. Und dann kam die Eintrübung zu früh. Das kam auch wieder von der Nasdaq, das Störfeuer. Der Nasdaq stürzte zehn Prozent. Die US-Technologiewerte wurden ja regelrecht zusammengefaltet. Und dann von E bis F ging es dann auch freundlich los. Und wir hatten auch eine lange freundliche Phase. Und dann wurde es ein bisschen schwächer gegen F hin. Also so sieht das charttechnische Bild aktuell aus, Herr Gebert. Wenn wir jetzt schauen in die nächsten Wochen. Der DAX gilt ja statistisch, der September gilt ja statistisch gesehen als schwacher Börsenmonat zumindest für den DAX. Wie geht es denn weiter? Welche Marken haben Sie im Fokus jetzt? Also zunächst mal, wenn wir uns dazu jetzt das Bild 2 angucken können, da ist jetzt die jüngste Vergangenheit des DAX etwas größer raus, etwas größer raus fotografiert oder raus dargestellt. Also erstens vermute ich, dass der September gar nicht so schwach wird, wie, wo komme ich gleich noch weitens drauf zurück. Ich gehe nicht so sehr nach Kurshöhen, sondern nach Zeiten. Ich gucke mehr auf den Rhythmus und die Stimmungen, die zu bestimmten Zeitpunkten auftreten und nicht so nach Kurshöhen. Und deswegen ist für mich so der Takt wichtiger. Und wenn wir den uns jetzt mal genau angucken, den letzten Takt zwischen E und F. Da war ich an dem Tag mit dem schwarzen Pfeil auch bei Ihnen in der Sendung und vermutete, dass es zunächst nicht mehr deutlich weiter nach oben gehen würde, weil wir schon diesen Anstieg der freundlichen Phase, der vom Tiefpunkt aus gesehen, schon hinter uns hatten. Also 20 Tage ging es schon nach oben. Das ist dann auch meist so das meiste, was kommt. Und dann hatte ich eher darauf gewartet, dass wir einen Rückschlag in etwa 30 Börsentagen Abstand zum letzten Tiefpunkt E bekommen würden. Und den würde man erkennen an einer großen roten Kerze und oder einem Fenster nach unten. Beides trat dann auf. Diesmal 34 Tage, also nicht genau 30 Tage, 34 Tage nach dem letzten Tief. Da kam es zu diesem Fenster nach unten mit der kleinen 1 markiert und dann die große rote Kerze, die mit einer kleinen 2 markiert ist. Und dann landeten wir bei dem Punkt F in 34 Tagen Abstand zu dem vorherigen Tief. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich das nächste zyklische Tief von der Befindlichkeit der Anleger gewesen. Der DAX versuchte auch den Anstieg nach oben. Zwei, drei Tage ging es hoch. Und dann kam dieser Auftritt von Jerome Powell, mit dem er doch weiter deutliche Zinserhöhungen ankündigte, die den jüngsten Rutschert verursacht haben. Wir haben einen erneuten Ausverkauf, jetzt mit Klein 3 markiert, die große rote Kerze und Klein 4 das Fenster nach unten. Wir haben jetzt also einen erneuten Ausverkauf, der aus meiner Sicht jetzt den Tiefpunkt markiert haben sollte. Wenn solch ein externes Ereignis in einer eigentlich positiven Phase des 36-Börsentägigen Rhythmus auftritt, ist die meist vorübergehend. Also von diesem extern bedingten Rutsch, den wir jetzt gerade erlebt haben in den letzten Tagen, glaube ich, wird sich der DAX relativ schnell erholen. Wir sind nämlich noch zwei bis drei Wochen in der freundlichen Phase dieses durchlaufenden Taktes. Also ich würde jetzt mal sagen, ich tippe darauf, dass wir in den nächsten zwei Wochen, zwei bis drei Wochen eine Erholung bekommen und höhere Kurse. Und würde sagen, wir schlagen dem September ein Schnippchen. Und ich möchte auch hier immer wieder gerne mich also festlegen und nicht sagen, kann so sein, kann so sein. Dafür brauche ich ja nicht in Ihre Sendung kommen, sondern sagen, was ich meine, was kommt und auch aus welchen Gründen. Und das ist dieser 30-Börsentägige Takt, den wir jetzt hinter uns hatten, den Tiefpunkt und ein Ausverkauf. Und danach kommt in der Regel eine freundliche Phase. Und ich nehme an, die haben wir jetzt vor uns. In den nächsten zwei bis drei Wochen tagen ja auch die Notenbanken. Die EZB-Sitzung steht nächste Woche an. Einige Volkswirte rechnen sogar mit einer Zinserhöhung. Die FED hatte sich ja auch in Jackson Hole restriktiver, aggressiver positioniert. Auch Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Das findet dann auch in drei Wochen ungefähr statt. Das Meeting der US-Notenbank Federal Reserve. Inwieweit ist das denn jetzt in Ihrer technischen Analyse wirklich berücksichtigt worden, Herr Gebert? Weil wirkt diese, also mich interessiert nämlich, wiegt die technische Analyse wirklich schwerer als so fundamentale Ereignisse, die auch Impulse liefern? Nein, natürlich nicht. Aber es hat keinen Zweck, mich mir über diese Ereignisse Gedanken zu machen, weil ich ja nicht weiß, was kommt. Ist er vielleicht ein bisschen schlechter drauf und kündigt mehr Zinserhöhungen an? Oder gibt sich ein bisschen friedfertig? Das weiß ich doch alles nicht. Ich muss mir doch jetzt keine Gedanken machen, was als nächstes an Informationen kommt. Ich versuche nur, die Prädisposition des Anlegers herauszufiltern und in welcher Phase er bevorzugt freundlich gestimmt ist und in welcher er zu Angst neigt. Und das ist eigentlich das Einzige, die 30 Tage und die großen Kerzen oder Fenster nach unten oder oben, wo ich Stimmungsextreme diagnostiziere. Auf alles andere habe ich keinen Einfluss. Insofern kann ich das nicht einarbeiten. Was da kommen wird. Und ich glaube, solange wir jetzt in der freundlichen Phase sind, Sie haben ja gesehen, das hat sich überlagert. Dieses externe Ereignis ist eigentlich in dieser freundlichen Phase, die eigentlich hätte beginnen sollen, hat den DAX nach unten gedrückt. Aber ich glaube, dass sich die freundliche Stimmung dennoch durchsetzen wird, weil diese Prädisposition, meine ich, sich letztlich durchsetzen wird. Und auf Ereignisse, die kommen werden und vielleicht so oder so ausfallen, kann ich ja jetzt nichts zu sagen. Die kann ich ja jetzt nicht abwarten. Also deswegen versuche ich eben, das aufgrund der Bestimmungsbefindlichkeit der Anleger hinzubekommen, wie man am besten jetzt positioniert ist. Das wollen wir am liebsten von Ihnen erfahren, Herr Gebert. Wie sollen Anleger sich jetzt positionieren? Also ich glaube, trotz des Septembers, dass wir jetzt zwei bis drei leicht freundliche Wochen bekommen, dass es ein bisschen nach oben geht. Aber Ihre geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer sind sicher auch interessiert, was ich meine, wie es ein bisschen längerfristig entwickelt wird. Und da haben wir bei der letzten Sendung uns darüber unterhalten, dass wir eine ungewöhnliche Situation haben, dass wir Inflation in der Flaute haben. Aber wir haben in den USA Rezessionen und eine hohe Inflation und auch bei uns auch. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Normalerweise entsteht Inflation im Boom wegen zu hoher Nachfrage. Jetzt haben wir, die Nachfrage ist eingebrochen und eine hohe Inflation. Und das ist diese ungewöhnliche Situation, die dazu geführt hat, dass sowohl Anleihen, Aktien und Gold im ersten Halbjahr gefallen sind. Und diese ungewöhnliche Situation war eigentlich meiner Erinnerung nach nur ein einziges Mal bisher vorher da. Das war im Jahr 1982. Da hatten wir nämlich die gleiche Situation auch wegen einer Energiekrise. Und da kam es auch dazu, dass im ersten Halbjahr 1982 Anleihen fielen, Aktien fielen und Gold fielen. Aber diese ungewöhnliche für Anleger und schöne Situation wurde durch die schöne Situation abgelöst, dass danach dann alles stieg. Und hier schauen wir uns mal die Entwicklung des DAX in diesem Zeitraum an. Also bis Mitte 1982 ging es bergrunter mit dem DAX. Und dann ab Mitte 1982, so ungefähr da jetzt, wo wir jetzt sind, ging es gemächlich bis Jahresende nach oben. Und dann kam im Jahr 1983 eine ganz fulminante Börsenrallye, die den DAX 50 Prozent nach oben brachte. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir vor einer ähnlichen Situation stehen, dass die Börsenflaute abgelöst wird von einer Konjunkturerholung. Und auch von den Zinsen keine sehr negativen Einflüsse mehr kommen, weil die Inflationsrate in den USA deutlich zurückgehen wird. Weil der Ölpreis ist nicht weiter gestiegen, sondern sogar zurückgekommen. Er notiert kaum höher als vor einem Jahr. Und so könnten wir aus meiner Sicht mit ein bisschen Glück tatsächlich so eine Situation erleben, dass wir bis zum Jahresende ein bisschen gemächlich hochgehen und danach eine ganz große, tolle Rallye bekommen werden. Hoffentlich. So glaube ich jedenfalls. Herr Gebert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, dass Sie Gast in unserer Sendung waren. Wenn Sie nicht für der Aktionär TV vor der Kamera stehen, sind Sie ja Autor Ihres eigenen Börsenbriefs, des Gebert-Briefs. Und ich möchte die Zuschauer auch herzlich einladen, mal Ihre Website zu besuchen, www.gebertbrief.de und auch dort mehr über Ihre Empfehlungen und Analysen zu erfahren. Herzlichen Dank, Frau Anders. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch. Und liebe Zuschauer, Ihnen danke ich auch ganz herzlich für Ihr Interesse an der Sendung mit Thomas Gebert und sage bis zum nächsten Mal.